Wird nicht viel bringen, der Schwenk hier. Aber ich meine, der bringt schon was für das Archiv. Ansonsten ist er für die Katz. Da besonders zu bemerken vielleicht. Wie eigentlich Wolken mal ausgesehen haben, dann war dahinter aber blauer Himmel oder da drüber. Heutzutage können wir das mal komplett knicken hier. Das ist New World Order Wetter. Wäre alles zu ertragen, wenn man davon aushinge, dass es natürlich wäre. Da hinten haben wir ja auch noch der Blick durch die Wolken in die Dunkelheit. Aber wir verjessen das mal lieber.